so was man hier sehen kann ist meine kleine selbstgebaute usb funk uhr weil ich am rechner eine sehr präzise uhrzeit brauche für digitale betriebsmodi im amateurfunk und weil ich nicht überall internet habe wenn ich zum beispiel portable unterwegs bin nutze ich einfach das dcf 77 zeitsignal und synchronisiere damit mein rechner das ganze ist ausgerichtet nach mein fliegen und so sieht dann das telegramm aus das übertragen wird aus denen dann die uhrzeit und datumsinformation extrahiert wird und schon habe ich eine genaue uhrzeit überall in europa